BASKET YOUTUBE IST YOUR BOY GAK Wir sind wieder auf dem ZWEITKANAL Wir sind wieder auf dem Kanal Wir reagieren heute auf eure Edits Ich hab das gestern spontan im Stream gemacht Es kamen voll viele rein Ich so, yo, will einer 50 Euro haben für einen geilen Edit Auf einmal jeder hat angefangen Edit zu machen Ich so, okay, lass knacken Abonniert diesen Kanal, weil das ist mein ZWEITKANAL Viele von euch haben da nicht abonniert Erste Edit von Floki Das ist schon mal auf so einer Hör auf mich zu unterbrechen Bitte mit einem Sub Geben wir uns den mal hier Dann einmal hier einen Führerschein Genau Im Punkto Führerschein muss ich Ihnen eine Sache sagen Lecken Sie mir mal einmal den Arschblank Den zeig ich Ihnen gar nicht Geil Der Erste war ja schon komplett coldblooded, Alter Ich dachte, es kommt, dass der Erste richtig schlecht wird Ich fand das geil Kannst du mir zum Geburtstag gratulieren? Kannst du mal einmal meinen Geburtstagspimmel einmal anblohnen? Er hat einfach sich selber reingemacht Ich dachte, for real, er meint das ernst Ja, tamam Oh Also, ne Kim, du bist eine Ehre Ich feier jetzt ab Der war lustig, weil er so kurz und schlecht war Man weiß, dass die Edits wahrscheinlich coldblooded sind, wenn viele Reactions darunter sind Hier ist jetzt nur eine Also von einer Person Aber ich habe welche gesehen Ich habe nicht drauf gedrückt Da war über 15 und so Lorenz Geld 5 Euro Ich habe heute Geburtstag Lorenz hat jeden Tag im Jahr Geburtstag 38 Sekunden Hier Blum und mein Pimmel Ich predikte, dass das der mit dem iPhone ist Der Typ hat einfach seinen Watermark drunter gemacht Locker, er war das nicht mal Ich kenne diesen Edit seit 3 Monaten oder so Handy iPhone 13 Pro Ich habe das iPhone 14 Der ist nice Einfach aber, weil mein Finger hier so lang ist Warum ist mein Finger so lang hier? Ist der normalerweise auch so lang? Ne, das ist normal, oder? Der Freund Geld 3 Euro Grüß mal Lorenz Der hat heute Geburtstag Dieser Lorenz hat mich zum Millionär gemacht Sag dem das mal Ich gucke jetzt auf meinen PayPal Wie viele Gottverdammte Nachrichten Ich von diesem Sex Lorenz gekriegt habe Ich habe normalerweise Bei meinen E-Mails steht Null Benachrichtigungen Ich habe gestern alle gelöscht Und ich habe jetzt schon wieder 60 Das heißt 60 mal Minimum 3 Euro Wurden mir geschickt Damit jemand Lorenz sagen kann Oder sowas Findet ihr das so? Lachkick Also der war schlecht Hier hat einer einen geschickt Wanne dich jetzt ohne Grund vom Discord, Bro Ich hoffe, euch gefällt 2 Stunden Arbeit Das sieht schon wieder nach einem Troll aus Das ist ja wohl nicht ernst gemeint Und jetzt Ich heb die Hände Ja, mach Heb die Hände Heb die Hände hoch, Alter Nimm deine scheiß Hände hoch Oder es knallt Hände hoch Ja, nimm deine scheiß Hände hoch Der hat das von mir geklaut, einfach Genau das habe ich doch gemacht 42 Sekunden, Jungs Was habt ihr mir da für einen Soft-Thorno reingeschickt? Beste Streamer Oh, Alter Der ist fucking cold gemacht Aber es ist ein Template, oder? Nein Ey Der war scheiße Der edit war schlecht Kannst du bitte meinen Freund Lorenz grüßen? Tamam, ich hab verstanden Lorenz hat Geburtstag, Jungs Okay, tamam Dank für die ganzen Donations Aber bitte leck mich mal mit diesem Lorenz am Arsch Es reicht doch langsam Hier ist von Max scheinbar Eins, was nachträglich eingereicht wurde Weiter geht's Keiner macht so viele Leute schaulustig sind Das verundert mich nicht Ja Ich will nur überlegen, ob ich euch zu denjenigen geholfen Uns? Ja, nehmen Sie ihn Wir sind keine verdammten Verräter Nein, aber ihr seid inkompetente Idioten Ich weiß nicht, was ich dort anzuhalten soll Oder Am besten gar nichts gegenüber einem Draht so tief Oh doch Oh doch Ihr seid es nicht würdig Die Idee war nice Die Idee war nice Aber es war leider ein bisschen schlecht gemacht Aber die Idee war cold Die Idee war coldblooded Wer zum Menowin ist das jetzt? Oh, der Edit wurde durchgenommen Den hab ich doch schon hundertmal gesehen, oder? Und wer zum Menowin ist das jetzt? Ja, ist du da? Martin Hi Moffin Ich bin die Ilse Keiner will sie, ne? Ja Ja Oh, ich glaub der Typ macht heftige Oh, vier Dislikes sogar Paar im Auge gemacht Paar haben nicht gegönnt Also, dass die sich dafür die Mühe genommen haben Der ist cold Ich fand den bisschen lang Aber er war cold Da kann man nichts gegen sagen, Bruder Der war kalt Hier ist Lorenz Mutter Hören Sie auf Hör ihn zu belästigen An seinem Geburtstag Hier sind ja nur Mädels Ey, ist die schwanger? Ja Die ist wahrscheinlich schwanger, ja Ah Damn Das ist schlecht, aber geil Irgendwie Zwischendurch war es dann doch ziemlich kalt, oder? Himmelblohen edit von Das ist nice Das ist, guck mal Das ist kreativ, der Anfang Oh, das Lied ist cold Keine weitere Bewegung Oder ich werde das Baby in diesem Teichel versenken Nice Guck mal, das ist so vom Editing-Skill nicht krass Aber irgendwie das Lied war nice Keine Ahnung War ein bisschen cold, weißt? Guck mal, damals hatte ich so Angst bei meinen Videos Dass ich da in Klammern noch nur Spaß drunter geschrieben habe Wenn ich irgendwas gesagt habe Ich hatte vorher mal Server Da waren halt viele Ausländer und sowas drauf Mit diesen ganzen Kanacken und so Digga Da kannst du keinen RP mitspielen Aber den kenne ich Der ist alt Orange eine Cap-Ära war eine cold-blooded Ära Der hat Edit gemacht, wo man mein Gesicht gar nicht sieht Die Ballers Und die finde ich übel nice Und vor meinem Slice Bist du jetzt übel steif Der ist nice, aber Ja Sogar mit Marwan Cold Ihr habt sogar alle schon diesen cold-Face gemacht Geil Yo Ey, voll viele von euch Ihr hättet aus meiner TikTok-Phase So heftige Sachen machen können Also ich glaube, das weiß immer noch keiner Irgendwie checkt das keiner Ich habe früher so peinlich, ich habe extra alles online gelassen Damit ihr meinen Weg Damit ihr meinen Weg nachvollziehen könnt Ich habe alle meine TikTok-Cringen-Sachen noch online Keiner von euch hat das benutzt So was waren das für Zeiten, Alter Das waren Zeiten Ich habe dann mit Twitch und sowas angefangen Und ich habe jeden Tag habe ich Acht Stunden, sieben Stunden oder so am Tag gestreamt Und jetzt denkt ihr Boah, krass Wisst ihr, was ich gestreamt habe? Ich habe Star Wars Battlefront 2 gespielt Glaubt ihr das? Ja, BMW Autos Ja, ja, ja Ich habe mir gerade den neuen BMW gezogen Ja BMW Werbespot haben wir auch schon mal im Video drin Edit ist aber schlecht Brauchen wir nichts weiter zu sagen Bitte reagier mal auf Dönerbox Bros Das sind die neuen Prank Bros Ähm, ich mache einen Vorschlag Äh, wir machen das einfach nicht Was hältst du davon, Bro? Wer zum Menowin ist das jetzt? Wie heißt du denn? Martin Na hi Martin Ich bin die Ilse Und keiner will sie, ne? Geil Der war nice Der, weil der so eine lustige Stelle Der war schlecht Aber ich fand ihn Lustig Ich bin die Ilse Und keiner will sie, ne? Das Lied ist auch cold Boah, also wenn das Thumbnail nicht fucking cold aussieht Macht die Emotes bereit, Jungs Wenn der schlecht ist, einmal will ich das GUI sehen Das ist cold Ihr sagt, das ist cold Ihr kündigt das wohl als kalt an Sonst kann ich dir hier so irgendwie platzieren So lange Wie gesagt, du musst gleich nur einmal Bildschirm sein Boah, der ist ... Ey, geil Der war cold Ey, der war krank Vor allem, wie er da maskiert hat und so Ich kenne mich ein bisschen aus mit so Schneiden, wie ist das? Bui, jo Den fand ich nice Den musste ich mir für ein Video merken Dass wenn ich mal den mache, der dann so leuchtet Wisst ihr, wie ich meine? Alter Leute, das sieht mir nach einem Kältefrost-Shake hier vorne aus Wenn ich das Bild schon sehe, das sieht nach einem Kältefrost-Shake aus, oder? Irre ich mich da Ich wünsch ihm noch ein ganzes Leben Also nur nicht den Der danach Mit knallhartem Champagnerfete Mit fäng viel Geld, dicken Brillen und Sonnenbrillen Ich seh doch ganz genau, wieso ich mich nicht sagen Junge Hallo Geld, bitte wünsch meinem Freund Lorenz alles Gute zum Kaltstag Nein! Das war gestern, wie konntest du das wissen? Hallo Geld, bitte wünsch meinem Freund Lorenz alles Gute War das gestern auch schon ein Witz? Bragg Im Weiten ist halt jeden darauf hin und sagt Hey, wenn du Bock hast und dir macht es wirklich Spaß Würden wir uns einfach freuen und vielleicht einen kleinen Teil dazu spenden möchtest Wir zahlen gar nichts Du kannst auch so bei uns spielen, wir haben auch keinen Zwang Aber ich sag's einfach jedem dazu Einfach, ne? Du weißt warum Also der war auch nice, der ist geklaut Ja, perfekt Ist doch gut 23 Likes Mal gucken, ob dieser Edit gut wird Gut Normalskill macht eigentlich immer Gute, ja Davon weg Dann bleiben wir hier noch stehen bis morgen Ja, ich bleib hier bis morgen Ich hab nichts zu tun Und wer zum Menowin ist das jetzt? Wie heißt du denn? Martin Ja, hi Martin Ich bin die Hilfe Und keiner will sie, ne? Der ist scheißen kalt, aber den kannte ich schon Geil Ich schwöre Ey, irgendwann find ich dich, Lorenz, ne? Und deine komischen Kollegen, Alter Das ist locker nicht mal mehr, Lorenz Wie oft will der Typ Geburtstag haben? Der hatte letztes Mal schon Geburtstag Baby, wir sind on-off, on-off, yeah Nur noch heute verliebt Baby, Johnny, on-off, on-off, yeah Erst aus dem Krieg Hallo, Gelk Bitte wünsch meinem Freund Lorenz alles Gute zum Geburtstag Nein! Vom Timing Das ist unmöglich, ne? Wer ist das hier? Ist das Lorenz? Ist das Lorenz? Pack keine Frau nach dem Alter Ich dachte, sie ist jetzt vielleicht noch jung genug Dass das jetzt keine Beleidigung wäre, deswegen Es, ich bin jung genug, dass es keine Beleidigung ist Aber mir wurde halt im Gegensatz Puh, Minuspunkt Kein Bock, das alles zu schreiben Wie? Kein Bock, Bro Dass das jetzt keine Beleidigung wäre, deswegen Es, ich bin jung genug, dass es keine Beleidigung ist Aber mir wurde halt im Gegensatz zu ihnen Anscheinend Respekt beigebracht Aber deswegen, also das ist doch eben nicht respektlos Weil sie eben so jung sind Ich hab ja nicht die andere Schule hier links geschrieben Geil Er macht mich hier Er macht mich hier zum Hitter, weißt du? Also das ist doch eben nicht respektlos Weil sie eben so jung sind Ich hab ja nicht die andere Schule hier links gezeichnet Er sagt einfach Ich hab doch nicht die alte Schwule hier links bezeichnet Das hab ich gar nicht gesagt Ich hab gesagt, die alte Schrulle Hab ich gesagt, Bruder Daniel Geld 3 Euro Sind auch Freunde von Lorenz Wünsch ihn bitte nochmal Geburtstag Lorenz Er ist gerade im Koma Lorenz ist mit komplett Deutschland befunden Er liegt gerade im Koma, Alter Blum mir mal meinen Pimmel ab, Alter Nice, ey, die Stelle kam noch gar nicht Gesicht vom Motorhaube Ich kann dir noch so mein Perso geben Ist das ein Problem? Ich möchte die Lied mit dir Meine Herren, Alter Zigarette aus Wie, Zigarette aus? Ich rauch mir einen hier Der liegt gerade in der polizeilichen Maße Scheißegal, Alter Umdrehen jetzt Umdrehen Sofort Ey, der ist fucking cool Der ist so geil Boah, der Ich fand Ich muss sagen Ich will jetzt nicht zu viel sparen Aber der hat mich schon hart gemacht, Alter Geil Also, guck mal Da war jetzt kein heftig kranker Effekt In dem Sinne Bei den anderen waren so visual Aber die Idee mit dem Dass das dann wieder lautet Der war krank Gag, my boy, Lorenz Hat demnächst Geburtstag Ich f*** Lorenz, ey Wenn ich noch einmal diesen Namen höre, Jungs, Alter Ich hab da eine 3 Euro abgezogen Ich hab nur den Namen Lorenz gehört Auf den Rest gehe ich nicht ein Ich hab da eine 3 Euro abgezogen Ah, ja War das ein Schwanz? Ich dachte hier gerade Pimmel edit Ist hier das wobbly as fuck Was ist das überhaupt für ein Dreckstemplate? Wer hat dieses schlechte Template gemacht? Ich bin die Gerechtigkeit Oh Ey, der hatte Potenzial Scheiße, Bruder Du hast gefumbelt Wer ist das? Was? Das kann nicht sein Das kann nicht sein Seid ihr irgendwie Time-Traveler alle oder was? Wer? Kannst du Lorenz viel Kraft und Gesundheit wünschen? Er liegt gerade im Sterbebett Ey, bei so was lacht man nicht Aber irgendwie muss ich bei Lorenz lachen Ich weiß nicht warum Wer ist das, Lan? Lorenz Vatergeld 5 Euro Oh Moin, hier ist der Vater von Lorenz Bitte betet für ihn, er liegt im Sterbebett Hört auf mit so einem Scheiß Jetzt mach ich einen coolen Edit in dem Video rein Hm Das war im Stream jetzt peinlich Aber im Video hab ich da jetzt gerade einen coolen Edit gemacht Hm Scheiße Er hat's scheiße gemacht Okay Das ist fucking geil, oder? Scheiße Aber es war lustig Es war lustig Der war auch nice Geil Lorenz Muttergeld 3 Euro Hallo, hier Lorenz Mutter Ich sammle Pfandflaschen An die OP für Lorenz zu bezahlen Hast du noch welche? Junge, hört auf mit so einem Scheiß Ich schwöre, Jungs Leute Arzt von Lorenz Geld 3 Euro Er hat gerade seine Hämo Deswegen der Glatzfall Halt die Fressen, ich kann nicht mehr Ich muss kurz weg